Nicht nur in Mexico City kollabiert der Verkehr. Täglich kämpfen die Menschen gegen Lärm, Abgase, volle Straßen und Staus. Auch in Deutschland sucht man nach neuen Wegen. Was derzeit in Mittelamerika über Jahre gebaut wird, könnte auch wegweisend für andere Millionenstädte in Europa sein. Super Seilbahn. Dienstag um 20.15 Uhr auf Anixe Plus.